Also gut, wie heißen Sie? Ähm, mein Name, ähm... Ähm... Sie wissen nicht, wie Sie heißen? Na, das ist ja interessant. Das ist verdächtig. Raus aus dem Wagen, Sir. Gut, Sie haben das Recht zu schweigen, bis, äh... Und, äh... Und alles, was Sie sagen, kann und wird gegen Sie verwendet, wenn Sie... Und wenn, äh... Weißt du was? Scheiß drauf!